Selbstständigkeit in 60 Sekunden heute mit Irina Ruppeter. Irina, was machst du? Ich bin Modedesignerin und bin seit 15 Jahren mit meinem Modellabel selbstständig. 15 Jahre? Krass, richtig lange Zeit. Wie bist du dazu gekommen? Na ja, die Basis muss man sagen, dass ich das studiert habe. Ja, man kann Modedesign auch studieren, wurde ich oft gefragt. Und ich habe dann nach dem Studium in Paris gearbeitet bei einer Designerin und habe relativ früh da gemerkt, dass ich nicht gut darin bin, für jemand anderen zu arbeiten. So, das war eigentlich die Basis. Und ich hatte so eine unglaubliche Motivation, einfach was Eigenes machen zu wollen, eine eigene, ja, was Eigenes zu kreieren. So, und das klingt jetzt vielleicht erst mal so nach reiner Selbstverwirklichung. Das ist aber nicht, weil was ja zurückkommt und was das Schöne ist, also jetzt, wo ich heute stehe, dass ich mit dem, was ich tue, was mal Gedanke war oder dann irgendwie im Schnitt wird ein Shirt, dass das getragen werden kann von Frauen. Das ist einfach mega. Das kann ich mir total gut vorstellen. Aber das heißt, du hast dich dann gleich nach dem Studium direkt selbstständig gemacht? Ja, so ziemlich. Also, so denkbar die schlechteste Position, die man so haben kann. Ich glaube aber, heute würde ich sagen, ich hätte es glaube ich später nicht mehr gemacht, weil ich bin natürlich aus einer ganz anderen Position gestartet. Also ich habe in Paris mitgekriegt, wie man eine Kollektion entwickelt, wie man die vertreiben kann und dachte so, ja, dann mache ich das auch. Ich brauche jetzt einfach nur Shops irgendwie so weltweit und gehe auf Messen und so und habe das halt Stück für Stück einfach aufgebaut. Ja, und man hat ja in der Zeit auch nicht wirklich viel zu verlieren, oder? Ja, das ist halt wirklich das Coole. Das muss ich echt sagen. Also, dass man einfach so ein bisschen, ich möchte nicht sagen naiv, aber mit einem ganz großen Traum einfach, mit ganz, ganz viel Intuition einfach sagt, ich versuche das jetzt mal, weil die Alternative, gerade muss man halt leider sagen und vor 15 Jahren noch in meinem Business ist halt, ein Praktikum nach dem anderen zu machen, sich hochzuarbeiten, bis man dann irgendwann. Und das war so ein Weg, das hat sich für mich nie richtig angefühlt, weil ich dachte, nee, ich habe keine Lust, böse gesagt, mich verheizen zu lassen. Dann mache ich lieber was eigenes und stecke da halt Geld rein, was ich eigentlich nicht hatte. Sehr cool. Also war bei uns genauso. Wir haben auch aus der Schule bzw. aus dem Studium heraus gegründet und hätte ich auch, also ich fand es eigentlich ganz cool, dass man mit einer, oder ich kann für uns sprechen, wir waren definitiv selbst überschätzt und naiv gleichzeitig. Aber man hat halt auch nicht so viel zu verlieren. Insofern ist es, glaube ich, eine ganz gute Situation. Aber erzähl mal, wie hast du dann ganz konkret weitergemacht? Du hast dann deine ersten Sachen entwickelt und dann? Genau. Ich habe dann halt erste Kollektionen entwickelt und das ist ja das, was man zumindest im Studium gelernt hat, was ich auch dachte, das kann ich auch. Und das ist aber natürlich eigentlich der sehr, sehr geringere Teil daran, weil die Kollektion muss ja erstmal irgendwo gesehen werden. Das heißt, ich habe dann mich schlau gemacht, wo kann ich die ganze präsentieren und bin auf Messen gegangen. Ich bin nach Berlin gegangen. Dann habe ich das umgestellt auf Paris und habe halt wirklich also jedes Jahr zwei Kollektionen rausgebracht, die ich dort präsentiert habe in Showrooms oder Messen und hatte dann einen Kundenstamm national und auch international und habe dann irgendwann aber gemerkt, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich entweder das ganze Baby abgeben muss, also an eine Agentur, damit die das wirklich platzieren weltweit. Und da habe ich irgendwie Muffe gekriegt. Das fühlte sich einfach nicht mehr richtig an und ich habe nebenbei, neben meiner Selbstständigkeit auch im Einzelhandel gearbeitet. Das war so ein bisschen mein Bread and Butter und ich habe gemerkt, was das bedeutet, an Frauen direkt zu verkaufen. Und das kam dann so zusammen, dass ich gemerkt habe, nee, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte eigentlich sehen, wer trägt es. Weil es ist völlig anders, ob du einen Shop verkaufst oder an eine Kundin, die du selber berätst. Und das war so ein Moment, das war auch wirklich eine mega Herausforderung, dann zu sagen, ich stelle das um und das habe ich getan. Das glaube ich, weil du hast ja vorher quasi dann schon wahrscheinlich deine Lieferantinnen und Lieferanten gehabt, mit denen du dann zusammengearbeitet hast, dann die verkauft hast, wahrscheinlich auch in Stückzahlen. Und auf einmal stellst du dann um, eigentlich ein anderes Business-Modell mit Direktverkauf, andere Margen, aber auch geringere Stückzahlen, richtig? Richtig. Und hast du das auf einen Schlag gemacht oder war das peu a peu? Nee, das war wirklich sukzessive. Also das Gute ist, dass mir letztendlich die Arbeit mit den Shops dann auch geholfen hat, um dann an die Endkunden zu verkaufen. Weil ich hatte auch natürlich Shops in Hamburg. Also das heißt, Kundinnen kannten auch schon das Label und meinen Namen. Und ich habe da eigentlich immer in der Selbstständigkeit, auch obwohl ich an Shops verkauft habe, natürlich mir ein Netzwerk aufgebaut am Anfang. Die Business-Moms, die ich heute kenne, die kannte ich alle nicht. Ich war ja auch komplett neu in Hamburg. Und dann war im Prinzip eigentlich der Moment, dass ich das andere so habe ausschleichen lassen und mich wirklich trauen musste zu sagen, ich verkaufe jetzt wirklich nur noch an Endkunden. Mit einem ganz großen Vorteil, weil ich habe ja diese ganze Saisonarbeit nicht mehr. Ich kann heute halt viel, viel kurzfristiger agieren. Mir ging auch ehrlich gesagt auf die Nerven, dass in der Mode dieser Zyklus so extrem ist. Also wir kriegen irgendwie Sommerware im Januar. Also was für ein Quatsch. Und dieser ganze auch Thema Nachhaltigkeit. Als Shop musst du dann deine Sachen irgendwann zum reduzierten Preis raushauen. Das gibt es bei mir so nicht. Also es ist natürlich so, ich sage immer, es ist kein Joghurt, kann nicht schlecht werden. Natürlich habe ich eine Kollektion im Jahr, aber es geht nicht nach Trend und diesem Ganzen. Also es ist so ein Modediktat und da habe ich mich wirklich von gelöst. Und das ist für mich heute dann auch noch in Kombination mit Kindern, die dann auch kamen, einfach die Lösung. Mega. Und wie machst du das jetzt? Du verkaufst jetzt über einen lokalen Shop oder online oder beides? Nee, online interessiert mich auch nicht. Also ich lebe einfach davon, dass ich direkt ehrlich, empathisch berate. Ich habe einen Throne, das heißt, du buchst bei mir einen Termin. Ich nehme mir da eine Stunde Minimum Zeit. Und es ist wirklich so, dass es halt kein, ich sage mal, die meisten, die zu mir kommen, sagen, ich gehe nicht gerne shoppen. Und sage ich, ja, bist du hier genau richtig? Weil es wirklich um mehr geht. Also es geht auch darum zu sagen, wenn du die Kollektion entdeckst, und du siehst jetzt mich hier sitzen mit diesen komischen Ausgängen und so, das muss man auch erst mal kapieren, was da passiert, dass man so ein Teil unterschiedlich tragen kann. Und das erfordert einfach eine sehr intensive Beratung. Und das ist einfach für mich das Größte. Wahnsinn. Und was ist denn dann für dich das Highlight eigentlich an deinem Job gerade? Ja, das Highlight ist so, und es sind so viele kleine Highlights. Also wenn ich halt merke, es geht eine Kundin raus, die einfach zufrieden ist mit dem, was sie sich ausgesucht hat, deren, ich sage jetzt mal Alltag, ich vielleicht erleichtere. Also ich habe dann so Rückmeldungen wie, Irina, du erleichterst meinen Alltag. Oder ich weiß in einem Workshop, was ich tragen kann. Dann ist das für mich das Größte. Also man denkt ja immer so, es muss so ein Highlight geben. Aber ich finde diese Kontinuität an kleinen Highlights, das ist das, wofür ich morgens aufstehe. Wahnsinn. Und was bedeutet denn Selbstständigkeit für dich persönlich? Also ich kenne ja gar nichts anderes. Selbstständigkeit bedeutet für mich die beste Möglichkeit, meine Werte zu leben. Und die musst du natürlich wirklich erstmal reflektieren. Und ich glaube, ich kann es ja nur vermuten, dass das eigentlich im Angestelltenverhältnis so nicht möglich ist. Also wirklich zu gucken, was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Für mich ist ein großer Wert Sinnhaftigkeit. Ich kann nichts tun, wo ich das Gefühl habe, das passt nicht zu mir. Oder ich kann ja auch nicht ein Teil aufschwatzen. Das fühlt sich nicht richtig an, also kann ich das nicht machen. Und deswegen finde ich wichtig, dass sich erstmal selber klarzumachen, was sind deine Werte und sie dann einfach auch zu leben. Und deswegen finde ich Selbstständigkeit, ich würde nicht sagen, ist irgendwie ein und alles, aber ich mache auch nicht so eine Trennung. Also das ist irgendwie was, wo du natürlich auch abends mit ins Bett gehst. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal irgendwie meinen Job auch mal fünf gerade sein lassen kann. Aber es ist so ein, es geht so ineinander über und das finde ich total schön. Mega gut. Und was würdest du anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die sich gerade selbstständig machen? Du machst das ja wirklich schon irre lange. Naja, das, was ich gerade habe so anklingen lassen. Also ich glaube, du brauchst schon einen großen Purpose, wie man heute so schön sagt. Sei dir deiner Werte bewusst. Es ist auch nichts für jedermann, jede Frau, muss man einfach auch ganz klar sagen. Also ich glaube, dieses Motiv muss schon sehr, sehr groß sein. Und dann kann ich nur sagen, ja, glaub an dich, geh weiter, Schritt für Schritt. Bau dir ein Netz, in das du fallen kannst, wenn du es brauchst. Also möglichst vorher, das hatte ich halt am Anfang nicht so. Das finde ich total wesentlich und glaub an deine Idee, aber vertrau auch darauf, ja, auf Intuition. Also das ist immer das, womit ich total gut gefahren bin. Das muss dich natürlich stimmig für dich anfühlen. Sehr cool. Ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke. Danke.